ja leute hallo und herzlich willkommen jetzt bei einem kurzen update wieder ihr wisst ich war jetzt mal an die angeln und beziehungsweise werde jetzt bisher ihr müsst es eigentlich schon wissen das video schon online und ich habe ein paar brassen gefangen paar beziehungsweise eine brasse und ein paar rote augen habe ich gefangen und jetzt stehe ich draußen im garten und koche hier eine super leckere suppe denn also eine fischsuppe natürlich das rezept dazu gibt es dann jetzt zum nächsten film mit das ganze jetzt so ein bisschen mit und das heißt ihr könnt dran bleiben aktiviert die glocke und abonniert den kanal gibt den ganzen daumen nach oben damit ihr kein weiteres video mehr verpasst kein angel video und vor allem auch kein rezept video kein kein koch video und dann an der stelle würde ich einfach nur sagen bleibt dran ich freue mich auf euch und bis zum nächsten mal